War schön, dass du alle da seid. Wunderschön, immer wieder Kraft zu danken. Wir haben es nicht genau zusammengezählt, aber in dem letzten Dreivierteljahr, was ein sehr bewegendes Jahr, ganz privat für mich war, habe ich knapp 75.000 Menschen persönlich treffen können. Und wisst ihr, was das Gemeinsame ist? Egal, ob das in einem Zelt war, ob das auf einem Festival war, ob das bei einer Mitgliederversammlung war, bei Kinderfesten, es gibt immer wieder Kraft, wenn wir zusammenfinden, wenn wir miteinander irgendwo sitzen, wenn wir zusammentreffen. Und dann signalisieren wir das auch. Kraft und Stärke, die wir untereinander füreinander aufbauen. Und das ist das Wesen der Sozialdemokratie. Deswegen danke ich heute, dass du das organisiert hast, Max, dass du mich eingeladen hast, hier heute zu euch zu kommen. Und ich danke allen, auch von anderen Bundesländern, die heute da sind und den vielen Tausenden, die uns heute zuschauen über Fernseher und Livestreams. Vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Ja, der Max hat die Pointiertheit übernommen. Ich werde hauptsächlich schon eine ernstere Rede halten als der Max. Einen Witz probiere, aber er ist wahrscheinlich nicht so gut vorgetragen wie du. Der Witz ist, letzten Sonntag in der Pressestunde ist die ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner gesessen und hat gesagt, es wird keine Koalition mit der Kickl-FPÖ geben. Pointe Ende. Das war die Geschichte. Das war genauso, wie wenn Sie uns erzählen würden, dass Sie das nächste Mal an die Wahlkampfkostenobergrenze halten. Die ÖVP war genauso der gute Witz. Aber jetzt dann Spaß beiseite, liebe Freundinnen, liebe Freunde, die wir heute zusammen sind. Wir haben schon ernste Geschichten auch. Wir können natürlich darüber witzeln und es hat schon ernsten Hintergrund, dass die ÖVP keine Bürgerlichen mehr sind, sondern Bürgerliche. Weil sie halt gerne dieses berühmte Video oder nicht so gerne präsentieren haben müssen in der Öffentlichkeit. Aber es steckt viel Ernstes dahinter. Nämlich, dass sie billig sind und nicht gesund sind, die Hamburger. Und das wissen wir, was das heißt, wenn man billig ist. Billig nämlich in der Art und Weise, wie man Politik macht. Und ich habe es gesehen, wie das eigentlich war und wie komisch das war. Wie der Bundeskanzler Karl Nehammer dieses Abrissprogramm präsentiert hat. Der Abrissplan. Wo er hergezeigt hat und was das eigentlich für eine Verhöhnung ist. Von uns allen, ganz normal, wurscht, ob wir politisch tätig sind oder nicht. Wenn man sich hinstellt, wenn man 37 Jahre lang in der Regierung gesessen ist. Sechs Jahre, über sechs Jahre jetzt an der Regierungsverantwortung, als Kanzlerpartei hat. Und dann sagt man, ich habe jetzt einen Plan. Ich werde jetzt etwas tun. Ich will euch gerne sagen, was ich gerne tun darf. Wie kommen wir sich da vor als Bürgermeisterinnen, als Bürgermeister, als Gemeindevertreterinnen, als politische Menschen. Wenn wir sich hinstellen, am Ende einer Periode, wenn wir nach fünf Jahren gehört werden oder auf sechs Jahre. Wenn wir sich hinstellen und sagen, das hätten wir aber gern gemacht. Leider haben wir bis jetzt noch nichts gemacht. Und das ist die Art und Weise, wie sie Politik begreifen. Das wäre genauso, wie wenn sich ein Fußballtrainer hinstellt und sagen, Busschen, so spielen wir das heute. So gehen wir so an heute, das Match. Aber wisst ihr, wie das vergleichbar ist? Das wäre so, wie beim Fußballmatch der Trainer, der sagt, wir spielen das jetzt so. Oder den spielt er erst nach der dritten Minute Nachspielzeit und beim Stand von 0,3. Dann sagt er, so spielen wir das heute. Und genauso ist es, wenn du 37 Jahre Verantwortung trägst, wenn du sechs Jahre lang Kanzlerverantwortung mit 37 Prozent sogar bei der letzten Wahl einfach Verantwortung hast und eigentlich dein Hocken nicht magst. Und da müssen wir wieder zurück. Wir sind doch alle in der Politik aktiv, als Mitglieder, als Aktivistinnen, als Funktionärinnen. Vor allem, wenn wir Mandate übernehmen, damit wir was weiterbringen, damit wir was arbeiten, damit wir die Bedingungen verbessern. Das ist doch unser Auftrag. Und das ist eigentlich der große Skandal, sich hinzustellen und eine Abrissrede zu halten und zu sagen, eigentlich wollen wir das noch machen, obwohl unsere Periode eigentlich schon vorbei ist. Und ich sage euch das, die haben das Gespür verloren. Sie haben auch politisch das Gespür verloren. Und das ist wirklich eine ernste Angelegenheit, was so viele Menschen trifft in unserem Land. Dass man die Teuerung durchraschen hat lassen. Ganz brutal durchraschen hat lassen. Und sie haben das Gespür verloren, was das heißt für die Leute, für die Lebensrealitäten. Tag für Tag. Deswegen bringe ich auch das Beispiel. Das ist ja auch ein Vorteil einmal, dass man endlich einmal auch einen Bürgermeister hat aus der Kommunalpolitik, der auch in der Bundespolitik Verantwortung übernimmt. Weil wir wissen, was das heißt. Für die Pensionistinnen, für den Pensionisten. Wenn die zu uns kommen und sagen, ich zahle jetzt für die Wohnung 200 Euro mehr im Monat als noch vor zwei Jahren. 200 Euro, das sind zweieinhalb Tausenderknoppe im Jahr. Die Tiefe, dieselbe Wohnung, 64,3 Quadratmeter. Ich habe den Zetteloft eingesteckt gehabt in den letzten Wochen. Damit wir wissen, von was wir reden. Zweieinhalb Tausend im Jahr mehr zahlt. Da haben wir noch nicht geredet davon, wenn sie einmal in eine Kulturveranstaltung gehen will, in ein Konzert besuchen will, weil das auch teurer geworden ist. Da haben wir noch nicht geredet, wenn sie in ein Schwimmbad einmal gehen will, in ein Hallenbad, weil das auch teurer geworden ist. Da haben wir noch nicht geredet von den Gas- und Energiepreisen, wo die Regierung auch total versorgt hat, den Markt einmal zu regeln, was sie mehr zahlen muss. Und wisst du, was das heißt, ganz konkret, und das ist Sozialdemokratie, dass Politik sich so begreift, aus der Lebensrealität herauszudenken, dass man den Menschen die Würde nimmt. Das war eine Pensionistin, nicht einmal eine Bundespensionistin, sondern eine Pensionistin, die hat Schwagwort. Der hat mir die Chance genommen, dass sie Weihnachtsgeschenke einkauft. Der hat mir jetzt die Chance wieder, dass den Enkel etwas zum Geburtstag geschenkt kann. Aber es sind natürlich Familien im Generellen, die zu uns kommen, in die Gemeindestuben und sagen, wir müssen leider, wir wollen zwar nicht, aber wir müssen vielleicht doch auf eine kleinere Wohnung umsteigen. Wir können es nicht mehr da halten. Es sind die Elternvereine, die zu uns kommen und sagen, wir haben zwei, drei Kinder in der Schule, in der Klasse sitzen, die können nicht mehr mitfahren auf einen Skikurs, auf eine Projektwoche. Das sind die konkreten Auswirkungen. Und das Gespür hat die Politik verloren in der ÖVP. Sie sind entfremdet von den Lebensrealitäten der Menschen. Sie lassen es durchraschen und das werden wir als Alternative entgegenstellen. Wir werden uns entgegenstellen aus einer Bewegung, die aus der Mieten der Leute herauskommt und weiß, was politische Entscheidungen tatsächlich bedeuten, liebe Freundinnen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage etwas dazu, was heute aufgepoppt ist. 50 Prozent Arbeitsfahren, 50 Prozent zu kürzen Arbeitslosengeld. Und dann sind es auch wieder wir. Und ich habe die Namen und die Namen und die Gesichter gespeichert, die bei mir gekommen sind, weil der Betrieb zugesperrt hat, abgewandert ist, ausgelagert worden ist, sonstiges, unschuldig arbeitslos geworden sind. Und die werden jetzt noch bestraft, denen nimmt man das Mindeste, die druckt man aus, die können sich ihre Wohnungen nicht erhalten, die Kinder sind ausgeschlossen. Die können sozusagen auch keine Perspektive mehr haben. Das ist menschenfeindliche Politik, die wir haben. Wir haben doch einen Grund, warum wir monatlich auch die Arbeitslosenversicherung einzahlen, falls es einmal uns trifft. Aber nie zu verlieren, dass wir auf die schauen, die unschuldig ihre Arbeitsplätze verlieren. Oder die es schwer haben, weil sie zu wenig Qualifizierung gekriegt haben. Weil es zu wenig Förderprogramme gibt. Es waren auch die ÖVP-Regierungen, es war ein sogenannter Herr Kurz, der die Unterstützungspädagoginnen eingestellt hat. Eine seiner ersten Maßnahmen, schwarz-blau-eins, dass sie sofort das unterstützungspädagogische Personal eingestellt haben. Dass Leute ihr Haken verlieren. Und ich sage euch was, Sie bekämpfen die Arbeitslosen statt der Arbeitslosigkeit. Und die Sozialdemokratie ist ein anderes Modell. Wir bekämpfen die Arbeitslosigkeit und wir unterstützen die Arbeitslosen, liebe Genossinnen und Genossen. Und weil der Max schon den Jesus sogar mit reingenommen hat in seine Rede. Das ist aber auch genau der Grund, warum die Kirche, warum die Caritas, warum christlich-soziale Organisationen heute mittlerweile mit der Sozialdemokratie marschieren. So wie wir es heute lesen haben können und sich von der ÖVP abgewandt haben. Und es ist die Einladung, mit uns ein Stück dieses Weges zu gehen. Wir schauen auf die Leute. Wir haben Respekt vor Menschen. Und dieses Menschenbild macht uns mittlerweile auch sehr stark unterscheidbar zur ÖVP, liebe Freundinnen und Freunde. Wisst ihr, was da alles entrückt ist in den letzten Jahrzehnten und befeuert worden ist, immer dann, wenn Schwarz-Blau regiert hat, ganz am stärksten, aber jetzt auch bei Schwarz-Grün. Was da entrückt ist, moralisch entrückt ist in den letzten 20 Jahren eigentlich. Da war es auch schon so, dass die Manager, die Vorstandsmanager, das 20-fache vom durchschnittlichen Arbeitnehmer in ihren Betrieb verdient haben. Und mittlerweile verdienen sie das 80-fache im Jahr. Das heißt, erst fertig, nach vier Tagen hat er so viel verdient, wie der andere, der Postler beispielsweise, der das ganze Jahr schwachhaken muss, um seine Familie durchzubringen, sich selber Existenz zu sichern. Und diese Entrücktheit haben wir in vielen Bereichen gehabt. Wir haben gesehen, wie die Vermögenskonzentration sich entwickelt hat, unmoralisch entwickelt hat. Tut es in einer Gesellschaft nicht gut, wenn das Vermögen immer ohne Leistung immer mehr wird, die Konzentration einfach jedes Jahr ein paar Milliarden dazukommen, ohne was zu tun, ohne Leistungsträger und Leistungsträgerin zu sein. Wir wissen, wie lange man heute sparen muss, dass man früher eh schon 40 Jahre braucht, wenn du Durchschnittsverdiener weißt, dass du eine Eigentumswohnung kaufen musst, keiner im Schnitt. Jetzt sind es 66 Jahre. Wir greifen ja direkt in die Lebensrealitäten, in die Perspektiven von Menschen ein. Was heißt denn das, wenn du deine Eigentumswohnung nicht leisten kannst? Du musst länger daheim bleiben, du verschiebst auch deine Familienplanungen, du verschiebst den Kinderwunsch und vieles andere. Das ist Sozialdemokratie, nachzudenken, was es heißt, wenn man einfach gar keine Perspektive mehr hat, mit seinem Gehalt sich auch etwas leisten zu können. Und das ist der Vorwurf einer Regierung, die menschenfeindlich agiert, liebe Genossinnen und Genossen. Und da könnte man das aufzählen. Und ich will nicht jeden Bereich voll machen, weil sonst dann wäre die Zeit komplett weg. Aber wir wissen, was das heißt, dass wir ein Gesundheitssystem gehabt haben, auf das wir eigentlich sehr stolz waren in Österreich. Vor wenigen Jahren waren wir eigentlich noch stolz darauf, dass es ein Gesundheitssystem gibt, das more or less funktioniert, wenn man es braucht. Und das haben sie zusammengeschossen. Über die Jahre, mit unterschiedlicher Radikalität. Radikal begonnen in den 2000er-Jahren, dann haben wir wieder ein bisschen was flicken können, aber wirklich alles zusammengeschossen. Die Krankenkassen zusammengeschossen und ein Gesundheitssystem, wo wir jetzt schauen müssen, dass die Kreditkarten gut gedeckt sind. Und nicht, wenn wir krank sind, dass wir gleich drauf kommen. Und das hat sich einiges getan, dass wir auch gesehen haben, von der Wirtschaftskompetenz zu sprechen. Auch von der ÖVP. Wer sind denn die Leute, die Wirtschaftskompetenz haben? Wer hat denn das Interesse, dass wir gute Standorte haben? Das ist die Sozialdemokratie. Weil wir wollen ja auch die Beschäftigten sichern. Wir wollen ja, dass die Leute auch Hocken haben in der Region. Wir sind das die, die moderne Standortpolitik betreiben. Wir sind die, die sagen, die Betriebe sollen auch investieren können. Die brauchen berechenbare Stromkosten. Wir sind die, die Industriepolitik so denken, dass es moderne Forschungsmittel gibt. Dass es Gelder auch gibt, die den Betrieben helfen, heute auf Technologien umzustehen. So, wie wir es gesehen haben, auch in Kapfenberg. Das ist nicht, ob man sonst dort passiert, wo die Rahmenbedingungen auch in einer roten Stadt passen. Dass man dort einen modernsten Hochofen hat, ganz einfach. Und mit der Abwehr haben wir es da noch ein paar Energie, die sagt, die Faktor einer die Stadt auch noch mitharzen kann. Das ist Sozialdemokratie. Das ist moderne Standortpolitik. Wenn wir es aus der Beschäftigten-Sicht auch miteinander denken. Und das alles ist entrückt. Alles. Die ÖVP hat alles durchgeschleifen lassen. Immer mit wechselnden Partnern. Manchmal ist die FPÖ fit dabei gewesen. Manchmal ist schmierig gestanden. Aber dabei waren sie immer, liebe Genossinnen und Genossen. Die FPÖ war immer dabei. Bei den härtesten Pensionskürzungen, die wir in der Zweiten Republik erlebt haben. Sie waren genauso dabei, wie sie zusammengeschossen haben, alle unsere Einrichtungen, die wir jahrzehntelang aufgebaut haben, damit es eine Sicherheit gibt in diesem Land. Und sie werden auch in Zukunft dabei sein. Weil sie mucken immer nur dann, wenn es nach oben geht. Da sind sie immer ruhig. Wenn wir fordern, gerechten Anteil von Vermögenden, schauen, dass man die Arbeiter gut zahlen kann und die Arbeitnehmerinnen gut zahlen kann. Wenn wir schauen, dass wir eine gute Infrastruktur haben. Wenn wir schauen, dass die Gemeinden und der ländliche Raum nicht ausgedrückt werden. Dass solle Polizeiposten zusperren, dass die Postleiter zusperren. Da muckt die FPÖ nicht auf. Aufmucken, dass sie nur in andere Geschichten, auf die ich später noch zu sprechen komme. Und das ist der Unterschied. Die ÖVP hat zugeschaut, hat das alles zusammengeschossen. Aber wisst ihr, was der ÖVP wichtig war? Was sie ganz wichtig war? Und von dem sie sich auch fürchtet. Das ist das Binnen-I. Das ist das große Problem. Das Binnen-I ist das Gefährliche, das wir ändern müssen. Das zeigt den Anspruch der ÖVP. Durchraschen lassen, auf die Leitpfeifen, Standardpolitik hinmachen in Österreich. Alle Menschen respektlos zu behandeln. Aber das Binnen-I müssen wir bekämpfen. Und wenn es Binnen-I ist, dann sitzen sie beieinander und ziehen noch ein Los im ÖVP-Club. Wer darf jetzt einmal das Schnitzel wieder gefährdet ausrufen? Wer muss das nächste Mal die Fritteuse anwerfen und wieder einmal das eine Schnitzel herhalten lassen? Es ist doch kein Politikverständnis, liebe Genossinnen und Genossen. Politik ist da für Menschen, Politik und Bedingungen zu verbessern. Und das ist das, was die Sozialdemokratie diskutieren wird, auch in den nächsten Monaten. Und ihr habt es gesehen. Das hat viel mit Modernität zu tun. Das hat viel mit Wissenschaftsaffinität zu tun. Mit Forschungsaffinität. Sozialdemokratie denkt in eine moderne Gesellschaft. Das ÖVP-Programm von Karl Nehammer war ja wie aus einer falschen Zeit. Das war ja 80er Jahre irgendwie. Auch die Themensetzung. Du hast ja glaubt, er ist ja zurück in einer Zeit, die wir jahrzehntelang hinter uns gelassen haben. Wir müssen Modernität in dieses Land bringen. In all den Ansätzen, wenn ich vorher gesprochen habe über Wissenschaft und Forschung, über Töpfe, die wir brauchen, dass wir dekarbonisieren können, damit man Emissionen rauskriegt, dass wir gesunde Arbeitsplätze, gesunde Regionen haben, damit wir unsere Grundwasserspiegel erhalten, damit wir unsere Gletscher erhalten und sichern können. Da braucht es auch den Schulterschluss mit der Wissenschaft. Und für das steht auch die Sozialdemokratie. Moderne Partei heißt auch, mit der Wissenschaft gemeinsam die besten Konzepte zur Sicherung unserer Regionen und unserer Republik voranzutreiben. Und die ÖVP hat mit diesem Plan uns zurückkatapultiert in eine Zeit, die wir über Jahrzehnte eigentlich schon hinter uns gelassen haben. Und ich sage euch auch, was dieser Heiratsantrag, was dieser Plan ja war. Ich habe jetzt ein paar Punkte gesehen, es war ein Heiratsantrag an die FPÖ. So billig, einfach ein Heiratsantrag. Da waren ja viele Punkte und auch viele kritische Journalistinnen und Journalisten, die uns heute sagen, ja, zu Recht sagen, sie können auch nicht mehr groß unterscheiden den Unterschied zwischen ÖVP und FPÖ von der Programmatik. Da rede ich vom Frauenbild beginnend und viele andere Geschichten und Grauslichkeiten, die da drinnen vorgekommen sind. Aber ich sage euch eins, warum die das machen. Und das müssen wir ernst nehmen. Sobald es eine einzige Stimme Mehrheit gibt für Blau-Schwarz in diesem Land, dann wird das kommen. Bei allen Geschichten, bei allen Beteuerungen, die sie haben. Sie haben uns das immer gesagt. Sie haben aber dann in Oberösterreich die Koalition gemacht. Sie haben in Salzburg die Koalition gemacht. Sie haben es in Niederösterreich gemacht und sie werden es auch im Bund machen. Und das kann ich euch versichern. Es ist eine Richtungsentscheidung in diesem Land. Und ich sage ganz bewusst, Richtungsentscheidung muss man aufpassen. Ich bin auch schon 35 Jahre in der Politik auf vielen Ebenen tätig gewesen, von der lokalen bis zur internationalen politischen Ebene. Und ich kann das Wort Richtungsentscheidung manchmal auch nicht hören, weil es ist immer eine Richtungsentscheidung, wenn wir zusammensitzen. Zu motivieren, wir sind Trainer, es ist eine Richtungsentscheidung. Aber ich sage euch, diesmal hat es eine neue Qualität, wenn wir darüber sprechen, wenn wir über eine Richtungsentscheidung wirklich in dieser Republik sprechen, die alle unsere Kinder bis zu den Pensionisten betreffen und gefährdet. Nämlich dann, wenn sie über Urbanisierung sprechen. Blau, schwarz gemeinsam. Alle die großen Urbanfreunde dieser Republik. Federführend die FPÖ. Wenn sie Gefängnisse de facto produzieren wollen, obwohl sie Festungen plakatieren. Festungen plakatieren, um Kerker zu machen. Das ist die Realität. Das müssen wir allen Menschen sagen. Lasst euch nicht fangen von diesen billigen Sprüchen. Wisst ihr, was das heißt, diese Urbanisierung jetzt? Das muss man jetzt schon erleben, warum das eine Richtungsentscheidung ist. Warum die FPÖ wirklich tatsächlich gefährlich ist, wenn sie mit der ÖVP an der Macht ist. Weil sie diese Urbanisierung durchsetzen. Sie sagen es uns ja jetzt schon. Sie greifen Institutionen an. Von der unabhängigen Justiz beginnend. Und auch die Arbeitnehmerorganisationen wie die Arbeiterkommah, die sich mühsam zum Schutz für Arbeitnehmerinnen in diesem Land aufgebaut haben. Applaus Zweitens, zweiter Schritt. Sie greifen auch die unabhängigen Medien an. Sie greifen die unabhängigen Medien an. Sie haben kein Interesse. Und der dritte Schritt, und der wird kommen, und den sehen wir jetzt schon, wenn Kickl spricht von Fahndungslisten. Sie werden nicht davor zurückschrecken, anders denkenden, kritischen Stimmen. Zuerst die Journalistinnen, Journalisten, aber dann auch überhaupt kritische Stimmen. Einfach auf Fahndungslisten zu setzen und auch die persönlichen Freiheitsrechte von Menschen in unserem Land anzugreifen. Unabhängig von wo wir kommen. Wenn wir ihnen nicht zur Stirn stehen, dann werden sie uns diese persönlichen Freiheitsrechte angreifen. Das ist der dritte Schritt der Urbanisierung, den sie vorhaben. Und ich kann euch das nur sagen, wenn aus einer Radikalität das passieren wird. Das sehen wir ja. Was passiert denn übersetzt, wenn wir sprechen von Fahndungslisten? Was soll denn das heißen, wenn wir solche Begriffe in der Öffentlichkeit haben? Ich muss ja immer schauen, dass kein Kind zuschaut, wenn das so geht. Was soll ich meinen Kindern erklären einmal, wenn ich da beim Fernsehen vorbeiräumte, ich rede dann von Fahndungslisten. Was heißt denn das, wenn du dann gefangen wirst? Wenn du erwischt wirst, nachdem du auf einer Fahndungsliste warst. Was passiert denn mit den Menschen, die auf einer Fahndungsliste sind? Eingesperrt, umgebracht, weggegangen. Was soll das sein? Wir haben eine Verantwortung in dem Land. Für jedes einzelne Kind, das das nicht huchen soll. Für jede Person in diesem Land. So eine Sprache, so ein Gedankenmuster hat in unserer Republik nichts verloren. Und jetzt, was wir erlebt haben, ich sage das mit vollem Ernst. Deswegen der Hinweis, dass das wirklich eine Richtungsentscheidung ist. Jetzt, was wir erleben haben müssen, vor ein paar Wochen, was da passiert ist in Deutschland. Das waren Gefährdungsprogramme. Das waren halber die Umsturzpläne schon von demokratischen Republiken. Und das war unter Beteiligung der Rechtsextremen. Auch von österreichischen Rechtsextremen, die dort sitzen. Und das sind diejenigen, die Herbert Kickl als unterstützungswürdiges Projekt sind. Identitäre, unterstützungswürdige Projekte. Ich sage euch das, was das heißt. Ich zitiere. Hohe Gewaltbereitschaft bis hin zu Sexualverbrechen. Über 120 registrierte Schusswaffen. Personelle und inhaltliche Verbindungen in die Neonaziszene. Das ist nicht Zitat Andreas Babler. Das ist die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienste, die das sagt. Und ich sage, wer das jetzt noch als klar rät, der nicht aufwachen will in einer Republik, wo demokratische Grundpfeiler gefährdet werden, über Urbanisierung, über Festungskonstrukte und Gefängnisfantasien, der muss jetzt mit uns aufstehen. Und ich verspreche euch eins, und ich mache das einmal klarstellen. Nicht mit der Kickl-FP. Ich sage euch ganz eindeutig, es ist nicht nur der Kickl, der ist besonders arg und besonders im Fokus mit seinen Ausflüge. Es ist genauso. Wer würde eine FPÖ-Koalition mit einem Landbauer, mit seinen Nazi-Bürchen? Wer würde eine Koalition mit einer FPÖ, mit einem Schnedlitz, der der Festredner bei identitären Veranstaltungen ist? Wer würde eine Koalition mit einem Kunasek, der inserieren hat lassen, dass im öffentlichen Dienst, im Bundesheer und in der Polizei, in rechtsextremen Medien die Leute auf uns aufpassen sollen? Die Leute können ja eingesperrt, man muss ja uns schützen vor Rechtsextremen, die die Demokratie gefährden wollen. Die FPÖ ist die FPÖ. Und deswegen garantiere ich, die Sozialdemokratie hat eine besondere Verantwortung in der Frage dieser Demokratie, auf die wir stolz sind, auf diese Republik Österreich. Wir haben geschichtlich zweimal diese Republik aufgebaut. Unter blutigen Opfern vieler unserer Vorgängerinnen und Vorgänger. Vor kurzem haben wir einigen davon gedacht, was den Austrofaschismus anbelangt. Aber wir sind historisch immer auf der richtigen Seite gestanden. Wir werden sich an die Spitze stellen einer demokratischen Bewegung in Österreich, die alles tut, um Schwarz-Blau-Blau-Schwarz zu verhindern. Wir schützen unsere stolze Republik und um nichts weniger geht es. Und der Herbert Kickl mag dazu keine kritischen Fragen. Logischerweise, weil dann hätte man genau das Resultat, was er gerade skizziert hat. Er mag keine kritischen Medien. Darum ist er ja dagegen, dass die weiter existieren sollen. Deswegen werden wir in Zukunft vielleicht auch keine Livestreams mehr auf Fernsehstationen haben, außer im FPÖ-TV, wo er jetzt selber Regie führt. Weil er Angst hat. Und das ist der Punkt. Angst, dass man ihm das Face-to-Face ins Gesicht vor Menschen auch tatsächlich damit konfrontiert, was seine Pläne sind. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit. Herbert Kickl ist ein Angstbeißer. Er ist im tiefsten Inneren unsicher. Er nimmt alles, was persönliche Bedrohung war. Und er versucht es mit einem aggressiven Geklepp zu überspülen. Und das ist Herbert Kickl. Und dieser Angstbeißer, dieser Angstbeißer, wenn er Angst hat, dann schnappt er zu. Und ich sage euch das, das große Problem, was wir haben mit Angstbeißer, was ist das große Problem mit Angstbeißer, das wir haben? Der beißt nicht nur die Einbrecher, der beißt auch die Nachbarin, die was vorbeibringt. Der beißt auch die Postlerin und manchmal beißt auch die eigenen Leute. Und das mag ich einmal vom Nachdenken mitgeben. Dies ist ein Angstbeißer, der alle beißt, wenn es notwendig ist. Und das ist Herbert Kickl, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage euch auch noch was, das spüren wir alle. Wenn man sich seine Auftritte anschaut, wenn man sich seine Bühlen anschaut, die er produzieren lässt. Da kriegt man ja den Verdacht und ich glaube, da können viele von uns den teilen in diesem Lande. Herbert Kickl mag auch keine Menschen. Ich glaube, er mag nicht einmal seinen Freund und das überspitzt es ein bisschen. Ich glaube, er mag nicht einmal sich selber. Und das ist eine gefährliche Kombination. Angstbeißer und keine Leute wollen, das kann niemand sein, der in der Republik Verantwortung übernehmen kann. Darum ist es so wichtig, ein Gegenmodell zu sein. Ich habe es euch früher aufgestellt, wo die FPÖ-Bere dabei war. Verlängerung der Arbeitszeit. Zwölf Stunden, perverserweise, wo wir alles darum gegeben haben, in allen unseren Generationen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Menschen zu machen. Wir haben gesehen, die härtesten Pensionskürzungen. Das ist das Schlagen vom Gesundheitssystem. Da könnte man eine Liste machen, die den ganzen Abend füllen wird, was die alles zusammengeschossen haben in einer kurzen Regierungsbeteiligung. Was ist das Überblick? Fantasieuniformen waren einem wichtig. Den Herrn Festungsdirektor, Kerkerdirektor. Fantasieuniformen. Dann hat er sich ein paar Pferdchen zugelegt, da wieder wie ein Zirkusdirektor in der Manege diese Pferdchen dirigieren kann. Das ist die Errungenschaft, die inhaltlich überbleibt. Aber es ist gefährlich, wenn man denen die Macht lassen, dass der regieren kann und sie tatsächlich verwirklichen kann, dann ist diese Republik wirklich gefährdet. Und ich sage es mit aller Deutlichkeit, ein drittes Mal blau-schwarz können wir sich im Interesse von niemandem in diesem Land noch einmal leisten in unserem stolzen Land. Und wenn ich über diese Entfremdung und die Distanzierung zu Menschen spreche von der FPÖ, dann ist das so, wie ich es vorhin über die ÖVP gesagt habe. Und ich muss ganz was Ehrliches sagen. Ich bin auch angetreten, um das in der SPÖ hinter uns zu lassen. Diese Art Politik zu verstehen. Wir haben uns nicht umsonst auch geschwächt in den letzten Jahrzehnten gefangen. Wir haben uns halbiert in einer einzigen Menschengeneration auf der Bundesebene, was die Wohlergebnisse anbelangt. Das heißt, wenn wir kritisieren diese Politikstile, die wir jetzt gesehen haben, erinnert euch an die Jets zurück. Dass die glaubt haben, die Republik gehört eher noch. Dass es wichtig ist, wer auf was für einem Minister sitzt, in was für einem Büro, mit so viel Personal, mit was für einem Auto fährt. Dass sie glaubt haben, das Wichtigste in der Politik ist, unglaublich gestaltend wichtig zu sein und das Wichtigste und enormisch nur zu sein und die Republik wie ein Spielbrett aufteilen zu können. Dann muss die Sozialdemokratie ein Gegenmodell sein. Deswegen bin ich auch angetreten, dass man das auch in der Sozialdemokratie sagt. Wir müssen nachdenken, wie man Politik begreift. Und das ist auch mein Art von Politik. Ich habe gelernt, dass Politik dazu da ist, nicht Macht auszüben, nicht furchtbar wichtig ist. Ich erzähle euch das. Das habe ich als Bürgermeister. Das ist eine Zöre an meiner Tochter, wenn sie in die Schule geht. Na klar kommt manchmal der Bürgermeister, der Bürgermeister. Der hat schon eine Funktion und ich habe schon wichtige Entscheidungen zu treffen, auch was die Stadt und die Kinderangebote ist. Aber ich sage es zu meiner Tochter und so müssen wir Politik begreifen. In dem Moment, wenn die Harzung ausfällt in der Schule, dann ist es wichtiger, dass der Insanitär da ist, weil dann wird es wieder warm. Das heißt Respekt gegenüber jedem Einzelnen. Nicht was Besseres sei. Das ist die neue Politik auch in der SPÖ. Applaus Applaus Und ich sage es ja zu den aktuellen Diskussionen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir über unser Programm sprechen. Sie interessiert doch niemand draußen, was irgendwer sagt, in was für einer Koalition Taktik, was für ein Sessel wir, in was für ein Büro haben wir. Wie ich bin angetreten, dass man die Sozialdemokratie wieder spürt. Ein kleines Profil. Und die Leute müssen sich auf vier was wollen. Für was wollen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir machen, und das machen wir jetzt miteinander, das ist sicher auch mein Auftrag, gemeinsam mit euch, Politik aus der Mitte der Gesellschaft herauszudenken. Auf Augenhöhe, von jedem Einzelnen Kind beginnend bis zur Pensionistin. Miteinander mit einem Auftrag, die Bedingungen zu verbessern und nicht Macht auszuüben. Und das unterscheidet die neue Sozialdemokratie, liebe Genossinnen und Genossen, fundamental. Und wer heute die Johanna Donald ihren 85er gefeiert hat, da passt das Zitatgurt dazu, das Sie kennen es. Und das ist mir eigentlich für den Schluss aufgeschrieben, aber jetzt passt es. Es gibt ja allen mit, die glauben, man muss über taktische Hinterzimmerspielchen diskutieren, anstatt dass man die Partei einmal präsentiert, für was wir eigentlich imstande sind, wenn wir von einem besseren Land reden. Aus taktischen Gründen leise zu treten, hat sich schon immer als Fehler erwiesen, liebe Genossinnen und Genossen. Und darum wirbe ich jetzt dafür, dass man nicht nur gegen was sein. Da könnte man ja drei Abende durchfüllen. Sondern die Leute müssen auch wissen, für was wir stehen. Und das sind die Punkte, die kann man zusammenfassen, immer mit diesem Schlagwort mehr Gerechtigkeit. Aber was heißt denn mehr Gerechtigkeit konkret? Da kann sich ja noch keiner was drum kaufen, wenn wir sagen mehr Gerechtigkeit. Kann man auf ein Plakat schreiben am Schluss. Aber wir müssen skizzieren, wo wir hinwollen. Und ich sage euch das Beispiel der letzten Lohnverhandlungen. Es ist kein Zufall, dass die SPÖ die einzige politische Kraft in diesem Land ist, die Seite an Seite mit unseren Gewerkschaften, mit unseren Lohnverhandlungen gestanden ist und sie politisch unterstützt haben, weil wir wollen, dass die Leute gute Löhne kriegen. Und ich sage das auch ganz offen, auch an diejenigen, die ab und zu oder manchmal auch die FPÖ gewählt haben, diesen Satz zu bedenken, wenn du jetzt mehr am Lohnzettel hast, dann war es die Sozialdemokratie, die geschaut hat, dass du jetzt die Wohnung da halten kannst, dass der Kind irgendwo hingehen kann. Und es waren nicht die Freiheitlichen, weil die hätten euch alleine nicht im Ring stehen lassen, liebe Genossinnen und Genossen. Und diese Message werden wir auch trommeln. Und wir werden auch sagen, wenn wir jetzt gehört haben, dass die zweite und dritte Säule des Pensionssystems gestärkt worden sind. Was heißt denn das? Dass diejenigen aussparen sollen und dass sie es leisten können, dann haben sie eine Pension angesicherte. Ich habe aber ein Gegenmodell der Sozialdemokratie. Nämlich dann, wenn man jahrzehntelang gearbeitet hat, wenn man aufgestanden ist, egal ob man im Supermarkt kackelt hat, in der Gesundheitsversorgung kackelt hat, wenn man als Lehrer tätig war, wenn man als Polizist tätig war, in der Schwerindustrie gearbeitet hat, dann hat man Anspruch drauf. Wir haben jahrzehntelang unsere Beiträge gezahlt, Monat für Monat. Und wir haben ein Recht darauf, dass wir eine gesetzlich abgesicherte Pension kriegen. Und 45 Jahre sind auch genug, das sind schwere Haken, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir werden eine Garantie abgeben, so wie wir das jetzt skizzieren, dass es möglich und ein Rechtsanspruch ist, dass dann, wenn wir krank sind, wenn unsere Eltern eine Betreuung brauchen, unsere Kinder krank sind, wenn wir das Handy in die Hand nehmen, dann verlangen wir, dass jemand abhebt und dass wir nicht in der Warteschleife sind. Und wir verlangen, dass wir drauf kommen. Das sind unsere Beiträge, die wir gezahlt haben. Wir haben jahrzehntelang immer gekämpft, dass Sozialdemokratie, dass man ein Recht darauf hat, dass man gesund gepflegt wird und dass man Behandlung kriegt, dann, wenn man Schmerzen hat, wenn man eine Operation braucht, dann, wenn man krank ist und nicht, wenn die Kreditkarte gut gedeckt ist. Und das ist die Sozialdemokratie. Ein Versprechen abzugeben, dass wir ein Versprechen abzugeben, ein Gesundheitssystem aufzurichten. Es ist so viel Götter. Es ist nur ungerecht verteilt. Und darum sage ich, wir werden ein Versprechen abgeben, diese Steuer, die tatsächlich in der Vermögensbesteuerung liegt, auch gerecht umzusetzen. Da trifft man die Superreichsten, die zig Millionen, hunderte Millionen schwer sind. Und ich versprich heute an jeden, 98 Prozent der Bevölkerung werden davon profitieren, wenn die Vermögenden nicht immer alles sich richten können, sondern wenn sie einen kleinen, einen fuziklernen Beitrag leisten können. Sie ist eh sehr defensiv, die Vermögenssteuer. Sie nimmt ja nicht einmal was weg vom Vermögenszuwachs, vom Vermögens selber. Sie beschränkt ein bisschen den Zuwachs. Es ist eh ein defensives Programm, aber es sichert den sozialen Frieden, aber es sichert auch die Rechte. Beste Bildungseinrichtungen, gute Gesundheitsversorgung, Recht auf gleiche Arbeit. Und dann kommen wir zu einem Thema auch, was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Nämlich, ich habe auch ein Anliegen. Ich habe das in meiner Stadt praktiziert und wir sind eine Vorbildstadt geworden. Ich mag auch Österreich zu einer Kinderrepublik entwickeln, in der Kinder Rechte haben. Recht auf die beste Bildung, auf Bildungsgerechtigkeit. Recht auf eine Existenz, Recht auf gute, qualifizierte Arbeitsplätze in der Zukunft. Recht, dass es noch immer Gletscher gibt, dass wir die Umweltschützen auch für sie und für ihre Nachkommen. Dass Kinder Rechte haben. Einen Kindern alle Rechte in der Republik zu garantieren. Das ist die Sozialdemokratie und das werden wir umsetzen. Und da gehört vieles dazu. Und ich sage, wir fangen durch da bei dem, was am Nötigsten hat. Ich werde nie eine Sekunde rühren. Und ich weiß schon, man muss viel Überzeugung Arbeit machen. Aber solange über 530.000 Kinder in diesem Land, in Österreich, 2024 armutsgefährdet, ausgrenzungsgefährdet oder sich in Armut befinden, werde ich keine Minute Ruhe geben. Dies ist eine Schande, das müssen wir beseitigen. Deswegen werden wir ein Kindergrundsicherungsmodell entwickeln, wo wir diese strukturelle Armut abschaffen. Und wenn wir über Kinder sprechen, dann sprechen wir auch auf die Bildung. Wir wollen unseren Kindern auch das Recht geben, dass sie die besten Pädagoginnen und Pädagogen haben. Wenn sie in der Früh in den Kindergarten gehen, wenn sie in die Kleinkindereinrichtung gehen und wenn sie in die schulischen Einrichtungen gehen. Wie respektlos war es eigentlich, dass wir zuschauen, was jetzt passiert, dass sie angelernte Kräfte dort einstellen. Die haben ja einen der wichtigsten Jobs in der Republik, Pädagoginnen und Pädagogen, unseren Kindern ein Rüstzeug zu geben. Einer die Chance zu geben, sie selber zu verwirklichen, eigene Existenz aufzubauen. Dies ist Bildungspolitik. Und ich werde auch kämpfen, dass man diese Bildungspolitik, die heute noch in Maria-Theresia-Zeiten gründet, dass wir die aufbrechen. Eine Schule ohne Druck, wo die Kinder gern hingingen. Zum Anlernen, zum Erforschen, zum Entdecken. Das ist die sozialdemokratische Vision. Und ich werde Stück um Stück, das verspreche ich, den Kindern alle Rechte geben auf ein selbstbestimmtes Leben. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit. Wir haben eine konkrete Vorstellung, wie wir auch wieder nach 50 ein Stück der Allzeit verkürzen. Wir werden mich da nicht zurücknehmen. Das wäre ja Verrat an meine Vorgängerinnen und Vorgänger bis zum Viktor Adler zurück, wenn ich immer auf diese Zurufe hören würde. Natürlich macht man das nicht freiwillig. Wir haben einen konkreten Stufenplan. Und wir fangen dort an, in den nächsten Jahren Stück um Stück einmal auf die 35 Stunden zuvor zu gehen fürs Pflegepersonal. Bei denjenigen, die einen schwersten Job haben, da werden wir in den nächsten Jahren einen Schritt vorwärts gehen. Wisst ihr eigentlich, was Pflegerinnen in diesem Land leisten? Spürt ihr das eigentlich? Und da fangen wir an, das sind wir schuldig. Die sind ja alle nach sechs, sieben Jahren ausgebrennt. Die geben alles. Und deswegen müssen wir schauen, dass die Jobs wieder besser werden. Und wir fangen dort an, wo die Leute am schwersten arbeiten müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist Gerechtigkeit. Und ich komme zum Schluss, damit ich nachher mit euch ein Bier trinken kann, in aller Ruhe. Zwei. Für drei Bier sind die anderen zuständig. Aber ich sage es euch nur. Noch einmal ein ganz wichtiges Element, wo wir auf Viere kommen, wo wir zeigen, was Modernität heißt. Endlich rauszukommen aus den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren im Denken. Nämlich die Respektlosigkeit, die wir bei dem Bürgervideo schon gesehen haben, von der bürgerlichen, bürgerlichen Partei. Nämlich die Respektlosigkeit gegenüber Frauen in diesem Land, die Arbeiten gingen. Die, ihr noch ausrichten, es soll jetzt mehr arbeiten gehen als Frauen. Jede zweite Frau, eine Million unselbstständige Erwerbstätige. Die gehen nicht weniger arbeiten, weil sie zwei sind, sondern weil sie nicht alles kennen. Weil sie noch immer aufpassen müssen. Weil es noch immer keine Kindereinrichtungen, Betreuungseinrichtungen gibt. Weil sie noch immer diskriminiert werden. Wie respektlos ist das eigentlich vom Frauenbild? Und ich verspreche euch eins. Eine der ersten Maßnahmen. Und das wird eine Hauptforderung der Sozialdemokratie ab dem Tag eins. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden in diesem Land Nummer eins werden müssen. Es wird eine Hauptforderung sein, dass wir endlich das Weg erkriegen. Es hört doch keiner aus mehr, in der Steinzeit zu bleiben. Ein modernes Land heißt auch, Frauen nicht nur formal gleichzustellen, sondern heißt, ihnen für dieselbe Hocken auch das selbe Geld zu zahlen. Und das werden wir umsetzen mit einer verpflichtenden Lohntransparenz. Zur Frage der Gerechtigkeit des Frauenbilds. Und jetzt gehen wir raus mit einer Selbstsicherheit. Lassen Sie mich nicht irritieren. Ich weiß, dass ein paar Genossen und Genossinnen, meistens sind es Genossen, ein bisschen brauchen. Dass sie sich auch gewähnen, dass die Sozialdemokratie jetzt wieder einen anderen Anspruch hat und einen anderen Vorsitzenden, der eine klare Kante zeigt. Und der nicht umfällt, bevor man verhandelt. Das sage ich auch dazu. Sondern wir zahlen einmal, für was uns die Leute wollen sollen. Und ich bin mir sicher, mit so einem breiten Programm, von Rechten von Kindern bis zu Rechten für die öltere Pension, von Rechten von Frauen bis zu einer guten Gesundheitsversorgung, von einem Recht auf einen starken ländlichen Raum angefangen, bis zu einer neuen Bildungspolitik. Wer soll denn da nicht sozialdemokratisch wählen? Wir sind eine Sozialdemokratie, die sich von nichts und niemandem fürchtet. Wir gehen raus, voller Selbstbewusstsein. Liebe Genossinnen und Genossen. Wir gehen jetzt raus miteinander. Ich danke euch, dass ihr zugebracht habt, so lange. Nehmen wir die Stärke mit. Ich kann euch versprechen, wir werden mit einem Herzblut neben dem Job als Bürgermeister, den ich auch mit sehr großem Stolz erfüllen darf. Mein Bruder werden es zehn Jahre. Also ihr könnt jetzt schon anfangen, leicht zu gratulieren. Vielen Dank. Aber wir gehen raus in die Wohyauseinandersetzung. Wir werden dieses Land verändern. Positiv verändern. Zum ersten Mal wieder spürbar machen, dass Politik auch was Gescheites dran bringt, nämlich die Bedingungen zu verbessern. Freundschaft, liebe Genossinnen und Genossen. Glück auf. Applaus 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 Applaus